Fast alle von uns haben in ihrem Leben mit Literatur zu tun. Wir lesen Bücher, wir lernen im Deutsch und Fremdsprachenunterricht in der Schule etwas über literarische Werke. Manche von uns studieren auch Lehramt mit einem sprachlichen Fach oder Literaturwissenschaft. Und gar nicht so wenige schreiben selbst literarische Texte und möchten vielleicht sogar beruflich Schriftsteller oder Schriftstellerin werden. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was Literatur eigentlich ist? Wenn wir einen Vogel sehen, wissen wir ziemlich schnell, joa, das ist ein Vogel. Hat Flügel und einen Schnabel, legt Eier, schon oft gesehen ist kein Hund, sondern eben ein Vogel. So geht uns das mit vielen Dingen aus unserem Alltag. Auch ein Buch, das wir sehen, können wir sofort erkennen. Ja, das ist ein Buch. Viereckig, Seiten mit Text drin, können wir ganz klar sagen. Das liegt daran, dass wir mit den Wörtern Buch oder Vogel etwas bezeichnen, das wir direkt sehen können. Wir können das Buch und den Vogel anfassen. Naja, wenn der Vogel das zulässt. Bei Literatur ist das anders. Das Buch können wir zwar in die Hand nehmen, aber das Buch selbst ist ja nicht Literatur. Es enthält vielleicht Literatur. Das Wort Literatur ist nämlich ein sogenanntes Abstraktum, also ein Wort, das etwas bezeichnet, das nicht gegenständlich ist, das wir nicht anfassen können. Und solche Abstraktur sind wirklich schwer zu definieren. Wer schon mal versucht hat, genau zu sagen, was eigentlich Liebe ist oder was Freiheit ist, der weiß das. Wir haben so eine Vorstellung davon, wir wissen vielleicht, wie es sich anfühlt zu lieben, aber jemandem zu erklären, was Liebe ist, das ist sehr schwierig. Und so ist das auch mit Literatur. Es ist also kein Wunder, dass ganz verschiedene Leute ganz unterschiedlich auf die Frage antworten, was eigentlich Literatur ist und was nicht. Wie sieht das denn bei euch aus? Was ist für euch Literatur? Spielen wir doch mal ein kleines Spiel. Ist das Literatur oder kann das weg? Was ihr hier seht, das ist ganz offensichtlich ein Gedicht. Und Gedichte zählen wir allgemein zu Literatur. Es würden wohl fast alle Menschen, die Deutsch lesen können, zustimmen, wenn ich sage, dieser Text hier, der ist Literatur. Was oft dahinter steht, ist eine bestimmte Vorstellung davon, was jetzt als Literatur gelten kann. Nämlich die Idee, Literatur ist eine besondere Art zu schreiben. Genauer gesagt, eine Art zu schreiben, die sich von unserer Alltagssprache unterscheidet. Aber das ist so eine schwierige Sache, ne? Denn was ist denn unsere Alltagssprache? Sprechen wir alle im Alltag gleich? Meine Großeltern, die sprechen ganz anders als ich. Jüngere Menschen, die benutzen Wörter, die ich gar nicht verwende, vielleicht nicht mal kenne. Und wer mehrsprachig aufgewachsen ist, der mischt vielleicht seine Sprachen. Wer einem bestimmten Beruf nachgeht, der nutzt vielleicht auch im Alltag Fachwörter aus seinem Bereich. Also eine Alltagssprache, die gibt es eigentlich gar nicht. Und das sieht man auch an den Texten, die man gern als literarisch bezeichnet. Wie ist das zum Beispiel mit diesem Text? Klarissa, wir schaffen das, mach dir keine Sorgen. Klingt nach etwas, das man auch im Alltag sagen könnte. Vielleicht jemand, der mit einer Clarissa befreundet ist, eine Beziehung führt oder ein Kind namens Clarissa hat und es aufmuntern möchte. Aber dieser Text stammt aus einem Drama, einem Theaterstück, nämlich aus Sloan Square von Marlene Strerovitz. Also kann es dann keine Literatur sein, weil er alltagssprachlich ist? Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Manche Leute würden auch sagen, Literatur ist nicht eine Art, irgendwie anders zu schreiben, nicht alltagssprachlich zu schreiben, sondern Literatur ist eine Art, besonders gut zu schreiben. Aber wer sagt denn eigentlich, was gut ist und was nicht? In Buchhandlungen sehen wir über den Regalen häufig Kategorien, zu denen neben Krimis und Fantasy auch Literatur gehört. Aber das heißt ja noch nicht, dass alle Menschen diejenigen Bücher, die in diesem Regal stehen, gut finden. Manch einer liest vielleicht viel lieber Krimis und findet das gut und die Bücher aus dem Literaturregal, die findet er langweilig. Bevor wir uns also nicht alle einigen können, was denn jetzt ein guter Text ist, da wird es wohl schwierig werden, Literatur als gutes Schreiben zu definieren. Spielen wir Runde 2. Ist das Literatur oder kann das weg? Ziel physikalischer Forschung ist es, eine richtige Beschreibung von Vorgängen in der unbelebten Natur zu entwickeln. Lassen sich experimentelle Beobachtungen nicht erklären oder stehen sie im Widerspruch zu theoretischen Vorhersagen, so gibt es Handlungsbedarf. Bestehende Theorien müssen dann korrigiert oder erweitert werden. Gelegentlich kann es sogar notwendig sein, eine Theorie von Grund auf neu zu entwickeln. Ist das Literatur? Was meint ihr? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Nun, was diesen Text von den Vorhergehenden unterscheidet, das ist schnell gesagt. Er ist nicht fiktional. Fiktionale Texte erschaffen eine neue Welt und beziehen sich nicht direkt auf unsere Welt. Das heißt, etwas vereinfacht gesagt, sie beziehen sich nicht auf die Realität. Dabei kann es sein, dass die Welt, die der fiktionale Text erzeugt, sehr nah an unserer Welt dran ist. Zum Beispiel könnte ein Roman in Berlin spielen. Aber die Aussagen, die in diesem fiktionalen Text über Berlin getroffen werden, die sind nur für die Welt des Romans wahr, nicht für unsere Welt. Wenn im Roman stehen würde, er ging durch die pinkbemalten Mauern des Brandenburger Tors, dann könnte man nicht sagen, dass dieser Text lügt. Im Roman ist das Brandenburger Tor dann nun mal pink bemalt, auch wenn es das in unserer, in der wirklichen Welt nicht ist. Und jetzt sagen viele Leute, Literatur, das sind fiktionale Texte. Damit ein Text als Literatur gelten kann, muss er eine eigene Welt erschaffen und sich nicht nur auf unsere Welt beziehen. Aber genügt das? Spricht man nicht auch von Sachliteratur? Das Beispiel hier mit der Physik, das stammt genau aus so einem Text, aus einem kurzen, populärwissenschaftlichen Sachbuch über Quantenphysik. Klassische Sachliteratur. Und noch schwieriger wird es, wenn wir in der Zeit zurückgehen, da ist nämlich gar nicht immer klar, was fiktional ist und was nicht. Wenn wir heute Berichte über Brückengeister lesen, dann denken wir vielleicht, das müsse fiktional sein. Aber für die Menschen vor 300 Jahren gehörten Geister noch zur Wirklichkeit. Oder wie ist es mit religiösen und mythologischen Texten? Da sind heute viele Menschen auch geteilter Meinung. Schauen wir mal zurück ins alte Griechenland. Wie ist es da mit den Texten von Homer oder Hesioden? Für die damaligen Menschen waren sie wohl nicht fiktional. Die Götter und Helden haben für sie tatsächlich existiert. Für uns heute hingegen ist das im Regelfall anders. Aber heißt das, dass sie damals noch keine Literatur waren und heute schon? Das scheint auch nicht so ganz stimmig zu sein. Das hier ist offensichtlich eine Gebrauchsanweisung. Und manche Leute würden jetzt auch sagen, auch das ist Literatur. Denn das Wort Literatur kommt immerhin vom lateinischen Literar und das heißt Buchstabe oder Aufzeichnung. Man könnte also sagen, okay Literatur, das ist einfach alles, was aufgeschrieben wurde. Aber Moment. Alles, was jemals verschriftlicht wurde, das ist Literatur? Dann gibt es ja überhaupt keine Schrifttexte mehr, die keine Literatur sind. Auch die Markennamen auf der Einkaufstüte, die sind dann Literatur? Das ist vielleicht doch ein bisschen zu weit und hilft uns eigentlich gar nicht. Trotzdem kann man sagen, all diese Vorstellungen davon, was Literatur ist, die haben ihre Berechtigung. Die Literaturkritik zum Beispiel, die lebt ja davon, zu sagen, welche Bücher gut und welche weniger gelungen sind. Im Alltag folgen wir wohl in den meisten Fällen der Idee, dass Literatur fiktionale Texte meint. Aber diese Vorstellung von Literatur, die können wir nicht bei allen Menschen voraussetzen. Wenn wir über Literatur sprechen, müssen wir uns also erstmal sagen, was wir meinen. Und dann sehen wir, dass wir vielleicht von ganz unterschiedlichen Dingen sprechen. Der eine meint fiktionale Texte und die andere aber gut geschriebene Texte. Erst wieder wie bei der Liebe. Es wäre gar nicht so schlecht zu wissen, ob die Liebe, die du für mich empfindest, dieselbe ist wie für deine Katze oder für deine Geschwister oder doch eher eine romantische. Für die Literaturwissenschaft stellt sich da eine noch größere Schwierigkeit. Denn sie ist ja die Wissenschaft von der Literatur. Und zwar nicht nur über unsere heutige Literatur, sondern über Literatur aller Epochen und theoretisch auch aller Regionen. Wenn man in der Literaturwissenschaft also danach fragt, was Literatur ist, dann fragt man zugleich nach dem Forschungsgegenstand des Fachs, also danach, was Literaturwissenschaft eigentlich beforscht. Wäre ja nicht schlecht zu wissen, bevor man mit dem Forschen anfängt. Der britische Literaturwissenschaftler Terry Eagleton hat das ganz pragmatisch gelöst. Er hat für den Forschungsgegenstand der Literaturwissenschaft festgehalten, Literatur ist das, was irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem Ort als Literatur verstanden hat. Klingt erstmal komisch, ist aber eigentlich gar keine so schlechte Idee. Denn die Literaturwissenschaft will ja beforschen und nicht einfach bestimmen. Und sie will auch beforschen, was Menschen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten als Literatur angesehen haben. Würde die Literaturwissenschaft jetzt einfach unseren heutigen Alltagsbegriff von Literatur anlegen und sich nur mit Texten beschäftigen, die wir hier in Zentraleuropa als Literatur verstehen, dann würde sie vielleicht der Literatur frühere Epochen gar nicht gerecht werden. Denn damals haben die Menschen auch noch ganz andere Texte als Literatur angesehen. Also, gar keine schlechte Idee von Eagleton, zumindest für die Literaturwissenschaft. Für die Schule, für die Literaturkritik oder für den Buchhandel, da sieht das natürlich anders aus. Da brauchen wir andere Konzepte davon, was Literatur ist. Was ist für euch Literatur? Schließt ihr euch Eagleton an oder findet ihr eher, dass wir uns von unseren heutigen Werten und Vorstellungen leiten lassen sollten, um zu bestimmen, was Literatur ist? Wenn ihr das nächste Mal etwas lest, dann denkt doch mal an dieses Video und fragt euch, wieso ihr den Text, der vor euch liegt, als Literatur versteht. Oder wieso vielleicht nicht? Und wenn ihr euch für Literatur interessiert, dann abonniert gerne auch mal diesen Kanal. Er ist gerade erst im Entstehen. Und wenn ihr das Video liked oder ein Abo dalasst, dann hilft mir das sehr, denn dann weiß ich, dass es da draußen Leute gibt, die sich für den Content, für Bücher, für Literatur und Literaturwissenschaft begeistern können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.